Hallo zusammen, heute spreche ich über zwei Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Social-Media-Kanäle. Authentizität und Community-Building. Viele fragen sich nun, wie kann ich als Kanal mit einem animierten Avatar überhaupt authentisch sein? Hier sind meine Tipps. Erschafft einen glaubwürdigen Charakter mit eigener Persönlichkeit und bleibt dieser Figur treu. Erzählt Geschichten aus ihrer Perspektive. Teilt Hintergründe, die sie greifbar machen. Auch wenn ihr selbst nicht vor der Kamera steht, könnt ihr Herz und Seele in euren Kanal stecken. Der Avatar wird für die Zuschauer zu einer Person, mit der sie sich identifizieren. Genauso könnt ihr trotz Animierung eine persönliche Community aufbauen. Geht auf Follower ein, beantwortet Kommentare, geht live und zeigt Humor. Menschen werden immer andere Menschen abonnieren, auch wenn diese als Zeichentrickfigur daherkommen. Gebt eurem Kanal ein Gesicht, mit dem man sich verbunden fühlt. Indem ihr sowohl über den Avatar erzählt, als auch euch selbst einbringt, schafft ihr Vertrautheit. Findet die richtige Balance für euch. Am Ende geht es darum, echten Mehrwert zu bieten und Beziehungen aufzubauen. Das funktioniert auch mit einem animierten Kanal, wenn ihr Herzblut investiert. Ich freue mich auf eure Gedanken dazu. Welche Erfahrungen habt ihr mit Authentizität und Community Building gemacht? Ich lese eure Kommentare. Wlaş sehr genau Piratare. Wir sehen uns doch, wie MTG und塊.